so wir sind hier zurück und ich hatte glück beim letzten mal und habe tatsächlich den doppelköpfen drachen gezogen und zwar gleich zweimal und jetzt habe ich natürlich unter anführungszeichen das problem schauen wir mal da ist er zweimal und wenn man es jetzt einfach aufmachen und ich möchte mir das talent anschauen weil sonst muss ich eh ein neues rollen schauen wir mal so ganz da zum schluss ok der hat einmal wiederbeleben und er hat einmal per se beides totaler schrott und ich habe da mal ein volles wahrenhaus schon wieder mal so und natürlich braucht er halt viel schauen so ok so aufmachen aufmachen danke und jetzt so ein fünfer talent nein ganz auf dem anderen da drauf wo ist er kommst du da ist er ok ich 58 flammen mache ok dass sowas kommt ist leider eh klar braucht er nicht braucht es irgendwer anders ich glaube eigentlich auch nicht eigentlich niemand aber ich setze es mal drauf ok dann haben wir jetzt noch dreimal so und jetzt geht es natürlich ganz eingemachte jetzt wird halt richtig teuer ok 1 8 3 8 1 8 1 8 1 8 und es kommt natürlich wieder nichts brauchbares aber das kennt man ja schon da ein 1 5 1 5 3 brauche ich aber ein fünfer also mindestens offen fünfer blade shell habt irgendjemand noch bock auf so ein talent wenigsten sorry nein ok geht weiter so es ist halt wirklich aber unbrauchbares talent also so richtig unbrauchbar dass ich da komplett nicht haben will so 1 8 5 8 mehr leben auch dass irgend jemand als zwei talent drauf brauchten schauen wir mal der hat schon schauen wir mal 5 8 sprint und nicht einmal als zwei talent weil viele von den helden muss ich jetzt hergeben also blöd gelaufen 1 2 5 1 8 es ist halt wieder man merkt schon da bringt mir so eigentlich nix 1 5 8 stoneskin so der hat schon weg damit so kommt es ist wohl mit abstand es mieseste und schlechteste talent überhaupt sprint sprint seitdem es crests gibt braucht man leider kein sprint mehr war früher immer ideal auf an zweit hellen und draufpacken aber 15 25 machen 5 5 kriegs gott was brauchbares 1 5 schau dir die scheiße an den leiten 1 8 28 28 ok wirst trotzdem schlecht so jetzt haben wir schon das letzte mal kann drauf geben können so jetzt haben wir schon 20.000 verrollt kommst du also heute ist wohl der tag der schlechten talente 3 5 brauche ich so eigentlich nicht 2 8 1 8 1 8 komm 1 5 1 8 4 5 das ist auf alle fälle mal besser ja es ist jetzt was hat es mir gekostet 26.000 games oh la la ok ich habe leider im bahnhaus wenig bis gar keinen platz ich werde aber kurz platz machen nachdem ich heute scheinbar meinen glückstag habe ich muss nur ein paar crests da reinschupfen 1 1 1 irgendwo da habe ich vierer platz schauen wir mal vier ist ein bisserl wenig komm da du gehst auch weg fünf plätze schauen wir mal gibt es irgendwo noch 1 333 333 3 nein 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 ok braucht den platz weil wir würden wir gern noch ein pixie rollen allerdings habe ich mit pixies überhaupt gar kein glück ja sowas gibt es auch weil irgendwie kriege ich keine pixie bei den events raus also früher hat sich mir pixie karts geben gibt es scheinbar nicht mehr oder krieg es nur ich nicht mehr wenn schon so grün leuchtet das ist wenn schon so grün leuchtet das ist echt mies ok so nein du kriegst die zweimal und der rest wird verkauft dann hoffen wir auf die pixie so 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 noch einmal so ok und jetzt nein kaufen wieder ein bisschen also da wird früher oder später jetzt machen wir dann einzelkäufe es kann nicht sein dass sie da nichts zum krieg dreimal zum verfüttern naja wenigstens etwas was brauchbar ist 23 ok wir versuchen es erneut so pixie ist notzilla komm auch hätte ja ich habe gekauft aber nö heute ist nicht pixie day ich weiß gar nicht was ich mit den restlichen oder ob ich bis jetzt nur wirklich nur eine pixie gehabt habe oder ob ich was mit den restlichen karten gemacht habe aber irgendwie ist keine pixie für mich und 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 ein grizzly reaper ok komm zuckubus ja ja ich hätte lieber keine sukubus kriegt sondern pixie so ok ok 22.000 wenn wir rein stopfen eigentlich die chance für pixie ist eigentlich gar nicht so gering aber irgendwie kriegt keiner kriegt keiner so ok das haben wir ein paar mal die assassine die vollbrüstige komm maradeur ok für diejenigen die sich jetzt wundern wieso ich immer nur die grünen karten verfütter und die blauen verkauf ganz einfach für die blauen karten gibt es zwölf schatz mit zwölf schatz kann man sich zwei schleime kaufen bleiben zwei schatz übrig also steigt man unterm strich sobald man fünf karten gehabt hat richtig besser aus so ok auf ein neues komm Eisdämon äh und nein so komm ei 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 echt scheiße nein daher keine grünen ok aber jetzt machen wir dann single rolls und ich hoffe dass das dann erledigt ist so so und da und da und da komm 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 und du so jetzt geht es single rolls bis ich fertig bin ja der exe frostbitch assassine dickbrüstige der hässliche der brauchbare so ein pain da ein ooze kommst du es gibt es einfach nicht dass ich da nix krieg so bist du da bist du die grüne okay jawohl so und jetzt da komm ich brauch was brauchbares kommst du bitte kommst du bitte und so du du okay ah kommst du los ah okay ein champ jetzt jetzt sind wir ein bisschen sparsam ein roter aber leider nicht das was ihr wollt jetzt kriege ich okay übersprungen werwolf okay jetzt ist voll und dann gibt es noch einmal und dann nein daher so schauen wir mal eins jetzt und jetzt wird wieder verkauft und jetzt wird wieder verkauft so kommst du okay so aber jetzt komm gib mir scheiß drecks pixi 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 heist dem man ein werwolf ehhh und noch einer nein ich brauch tatsächlich einen roten helden ach shit na komm und rake leider mhm okay komm ok ok so jetzt hallo daher nicht meine schamanen so da ist er weg damit so da ist er so da ist er ist dem auch noch da sehr gut so ok jetzt wird es mal wieder rauskommen unbrauchbar unbrauchbar nix rotes schlecht 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 eine assassine einzige brauchbare ist wirklich nur das verkaufen für die schads dann kann ich mal wenigstens meinen drachen weiter ziehen so kommst du 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 und du ja ok so nix naja wenn ich schon die grünen sieg dann wird man schon schlecht komm eine succubus ja 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 auch den schmetterling nein komm ok das war es leider kein pixi dabei macht nix muss ich heute das nächste mal wenn es wieder was brauchbares gibt pixi suchen so und im nächsten video werde ich wohl meinen drachen austesten